So Leute und herzlich willkommen zum neuen Video. Yo, jetzt schauen wir uns mal Videos an, vor drei Jahren. Und ich bin jetzt auf dem 6-2-5-8-Sebastian-Account. Ja, da steht Zap for Zap, das habe ich einfach für die Leute gemacht, wo Abonnenten haben wollten damals. Und da haben viele untereinander das getan und so, und haben da kommentiert und so. Und was natürlich mega lustig früher war, war Brains, das Spiel von Facebook. Das ist hier, ich zoome es mal gerne für euch ran, damit ihr es euch mal anschauen könnt. Nein, hier, hier Brains. Das war ein mega lustiges Spiel, leider gibt es dieses Spiel nicht mehr. Und da haben wir auch Parts gemacht, wie zum Beispiel Super Mario World, Social Empires und so. Kram haben wir früh gespielt, Final Fight Street und Street Fight besser gesagt. Und es war wirklich mega lustig, ganz ehrlich und like geil oder nicht like geil. Und die Super Mario Parts waren einfach voll dämlich aufgenommen, wirklich. Da haben wir früh Kanalvorstellungen gemacht, einfach das Handy genommen. Das Handy hat total gewackelt, alle Videos waren total verwackelt. Burger King verarscht, das ist heute immer noch mega lustig. Ja, Crane, Bauchmuskeltrainer-Ding, da habe ich einmal so ein komisches Bauchmuskel-Ding da vorgestellt. Das war schon ganz lustig gewesen. GTA und so, habe mir auch vorgestellt. 419 Klicks hatte das damals gebracht. Ja, da haben wir gedacht, hey, wir nehmen mal GTA auf und dann war es eigentlich recht gut auch gewesen. Und dann habe ich halt irgendwelche Vorstellungen von iOS und so ein Kram gemacht. Most Wanted haben auch vor zwei Jahren gespielt. Ich kann euch mal beispielsweise ein Video mal zeigen. Wartet mal ab, jetzt gehe ich nochmal ein Stück hoch. Super Mario, dass ihr euch mal reinziehen könnt, wie die Videos früher überhaupt waren, Leute. Das werdet ihr mir nicht glauben. So. So, Leute, da sind wir wieder mit unserem Part 3. Oh Mann, Leute, ey. Zieht euch mal rein, wie schlecht ich war, ey. Ey, jetzt nicht ernsthaft. Nein, ich habe jetzt gedacht, ich bin in einer anderen Welt. Wow. Wow, war der schlecht früher, ey. Wo renne ich denn in diesem Game hin? Hin, zurück, hin, zurück. Alles klar. War mir ernsthaft so schlecht gewesen. Yo, was hat das jetzt gebracht? Ey, ich war da für voll schlecht in Super Mario, fällt mir gerade auf. Oh. Ja, wenn sie jetzt hier durchgehen, dann fliegen sie später. Hab ich das mit dem Handy aufgenommen? Hab ich kein Aufnahmprogramm wie Camtasia Studio? Okay, alles klar. Jetzt rüttelt das auch noch. Ey, wie habe ich denn das aufgenommen? Ey, ich so grottenschlecht aufgenommen. Ich spüre mal ein bisschen vor. Habt ihr jetzt gehört? Er ist 100 Meter geflogen. War das überhaupt 100 Meter? Wir reden da so ein Bullshit und die Quali ist der letzte... Mist, ganz ehrlich. Das Video. Ach du shit. In 360p, 240p oder 144p. Da hatten wir noch kein HD. Wir hatten kein HD oder sonst was gehabt. Wow, da hattest du eben Glück gehabt, aber sonst wärst du kaputt gegangen. Habt ihr es gesehen? Jetzt hat rennt er da. Wow. Warum springe ich da dran? Mann, war ich grottenschlecht. Nur um das Ding zu bekommen. Ich war doch so grottenschlecht in diesem Game. Ich konnte das Game überhaupt nicht, ganz ehrlich. Ich kann mir das Game gleich nicht mehr reinziehen. Ich spüre es auch mal gerne vor für euch. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wie ich da aber auch einsammle. Jo. Also, ich hatte frisch und grottenschlecht das Super Mario gespielt. Fällt mir gerade auf. Und dann noch mit dem Handy aufgenommen. Ihr seht, quasi nur ein Viertel sind Bildschirm. Naja, Leute. Das war früher halt so meine Video-Produktion, muss man dazu sagen. Mega schlecht war das Ganze. More Videos. Wow, wow, I love this game. Nice. Nice. Oh, die Jose Antonia, der hat meinen neuen Kanal, der hat auch abonniert mich. Und hat auch immer kommentiert. Sick. Einer. Go, go, Mario. Ich weiß nicht. Was haben die Leute an diesem Video früher so gefeiert? Verstehe ich nicht. Ich verstehe es nicht, ganz ehrlich. Ja, es spielt Super Mario World 1990 YouTube Gaming und der Kategorie Gaming. Das könnte bald unter Comedy schon bald dienen, weil das ist ja der reizte Fail ist, das Video. Ganz ehrlich. Nun ja, wenn euch jetzt meine Videos gefallen haben, wo ich euch im Moment so gezeigt habe, vor drei Jahren, vor zwei Jahren und so, könnt ihr auch mal gerne weitere Vorschläge machen, was ich als nächstes euch vorstellen soll. Und heute sind natürlich die Videos mega geschnitten und so. Ich habe mich von den ganzen abgewandt, was früher alles war. Früher hatte ich wirklich Bullshit-Videos produziert, aber wirklich Bullshit-Dinger. Da waren Videos gekommen, die waren einfach bekloppt, vor ein paar Monaten noch. Und deswegen, das mache ich jetzt nicht mehr, ich schneide Videos, produziere hochqualitative Videos mit dem Aufnahmeprogramm, wenn überhaupt. Und dann klappt das auch, denn das war einfach sinnlos. PC-Dockter-Let's-Play-Fail. Was haben wir ein Fail-Video gemacht? Was sind das, bitteschön? Oh, nee, Leute. Edeka-Hall-Plus-Handy-Vorstellung. Da denkt jeder, wow, ist das ein geiles Handy. Wisst ihr, was wir da uns... Hallo, Leute, wir haben ja gerade mal ein neues Video über die Gegend. Ja, wir waren gerade einkaufen, ja. Oh, mein Gott, wie man da noch aussieht. Oh, nee, 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 wer ja ist. Scheißegal, mir zeigen's mal. Ey, ich zeig dir doch mal. Was haben wir da gekauft? Ja, aber das zeigst du euch auch. Wir haben hier Wasser gekauft, ein bisschen Milch, äh, dann hab ich auch noch was sehr leckeres gekauft. Hab ich da jetzt alle ernsthaft nur mal Essen gezeigt? Milch haben wir gekauft, lustig. Alice, mach's Lied aus. Ey, das Handy? Nee, oder? Alter Schwede. Das war noch ein uraltes Sony Ericsson. Ey, ich krieg mich gleich nicht mehr rein. Aber früher muss ich sagen, waren natürlich meine Abonnenten, die waren immer noch treu. Und da kam immer, beste Schmick-Königlich-Lachbrett. Vor drei Jahren hat es jemand kommentiert. It's you in your video or not? Nice. Zu geil. Nice. Agui. Cool. Ich fand's irgendwie ganz lustig. Voll das alte Handy. Ja, das stimmt aber. Und ich stand, na, Hauptsache man kann mit jeder von ihr. Ich hab gleich ein Lachflasch-Pur, Leute. Oh. Jetzt musste ich auch noch überlegen. Habt ihr's eben mitgekriegt? Ich musste total drauf gucken. Pass mal auf. Da halte ich das so richtig in die Kamera und lese mal schnell ab von welcher Marke. Ey, wie wüsstig. Boah. Das schauen wir uns aber jetzt nicht an. Ich beende jetzt mein Video, weil sonst geht das Video noch ein bisschen länger. Ich hoffe, ich hatte mein Video, den Einblick, ein wenig gefallen. Früher waren die Videos der letzte. Ja, ja. Unkreativität kann sein. Wir haben alles nur mit dem Handy aufgenommen und so. Naja. Das war so ein kleiner Überblick von damals. Ich bin wieder raus. Ciao. Ciao.